es wird kurz schlafen gehen einmal ich glaube alles online, guck mal am hausschwein joo servus leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von rolex und immer noch mit dabei ist dein lieber wolfie a.k.a. wolfskralle mc willkommen zu einem neuen video zu einem neuen roadhacks video ich freue mich richtig drauf wir gehen jetzt einfach mal auf den server noch nicht drauf jetzt bin ich drauf ich habe ja meinen texturen pack geändert das heißt ich habe jetzt ansatzweise sachen von text drin aber auch normales default so ein mix das heißt mein schwert ist von packs mein bogen ist jetzt nicht mehr von packs ich habe sogar sachen von wincraft in texturen wincraft texturen pack drin sieht schön aus ja du möchtest dann schon durch holzer setzen ähm finde ich irgendwie schöner aber nicht die komplette dinge oder ja ne nur inräumlich ja jetzt mal ein bisschen probieren unser haus ein bisschen gut zu gestalten ja dass das auch von wert hat das würdest du uns die letzte Folge gegattert haben sozusagen ja dein kett ist ausgerottet ja meteoritenboot ich würde sagen den boden tun wir irgendwie weg machen ok also austauschen boden was den boden ich weiß nicht ihn wärstens warte mal ich bin vielleicht hier irgendwo lauren weißt du diesen da so mit dem rein machen ähm ja gut ich hätte ich hätte mehr so kunststraßen ne ja das sind weiß ne weil sollen wir von so tower äh so wie das hier machen hier hm das ach können wir machen wir mal ein bisschen steinig braten oder wir suchen uns den turm und 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 machen den ein bisschen lassen wir kurz schlafen gehen einmal oh ich glaube alles online da komm wir haben hausschwein wir haben ein hausschwein hallo hallo aber alter schieß mich halt ab perr ähm warte so wenn wir uns ein bisschen die Musik hören von und von Hexe ich bin noch nie irgendwie zufrieden mit uns zum Eingang irgendwie aber hier ist ich bin noch nie zufrieden mit uns zum Eingang zum Eingang oh Gott nein nein doch geil was war das geil was war das creeper ey ich guck so raus und ja hey warte mal kurz mal nehme ich auf ja ich nehme auf Gott sei Dank meine meine ne meine pinganzahl hat sich plötzlich von links nach rechts bewegt keine ahnung warum liegt wahrscheinlich daran dass im vollbild spielt ja halt komisch im vollbild lecktes ey im normalen ruckelt die aufnahme ein bisschen aber im vollbild nicht meine frage ist aber hier irgendwie so ein 22 hier ist sogar die mitte hier manchmal müssen wir es einfach so machen dass wir hier eine türe haben und hier eine türe ach und hier oben wieder so ein fettes Fenster ja das Fenster würde man halt wieder hin machen ja dann halt das wird weggesprengt schon ein bisschen kaputt wir waren da hat man ein bisschen Samt mhm hier mal ein bisschen Holz fällen wir haben sehr wenig ich habe gelügend ich habe gelügend guck mal du ich jetzt war nicht so gelügend aber immerhin ein bisschen mehr ja auf die was ging bei dir die Woche ich habe alles aufgedacht aber äh nur ich kann auch noch was ging äh weiß nicht also ich war bei meiner Frau du ich werde dein Freunde war bei dir ja genau weil ich hab's nicht ganz toll mit erlebt ja 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 ganz toll die ganze Zeit in Skype ne das war toll auf den ich war jetzt eine Aufnahmesession ich weiß nicht wie viele folgen ich mal gucken ja nicht weg danke für die Level bitte er wünschen die da steht was hast du chest hier einfach doch mal der der gegenüber ich gucke ob der ob der seine Sachen genommen hat jetzt nein immer noch nicht hier ist hier ist oben sein Zeug immer noch ok dann dürfen wir es ja nicht äh ne dürfen wir ja nicht leider 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 ja bock auf Hose habe ich ja schon ich hab ne meine Dorn 3 Hose ist fast kaputt komm ich nehme einfach nur mit neuen Helmet Akkurschen ja den habe ich gefunden glaube ich können ja Sachen da können ja auch Levels denn gefunden oder nicht ja wir haben auch irgendwo ein Amos denn gefunden warte ich guck mal glaube ich zumindest dass ich einen gefunden habe also in meinen waschen habe habe ich keine ne ey was macht die was? oh äh äh diesen betrungenen Effekt das macht die äh boah wollen wir essen ich hab vergessen was dich gemacht ich hab vergessen was dich gemacht fuck äh ähm 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 ja das ist mit dem kacke jetzt äh mach Gott und Gott bis gleich ich guck kurz nach bis gleich so da bin ich wieder äh wollte wir die ganze Zeit aufgenommen und zwar haben wir jetzt grad mal sieben minuten momentan und geht eigentlich klar eigentlich muss man sagen ja was wir jetzt äh so zirka ja zehn minuten vielleicht noch machen weiß ja wie lange wir aufnehmen mit 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 aufnahmesession ich glaub eine stunde wäre da wären wir schon gut dabei ja wollen wir jetzt nämlich nicht so eine stundenaufnahme machen weil wir es geht ja auch darum wir müssen ja auch noch Musik hinten dran schneiden und ich hab da jetzt nicht so wirklich großen bock ähm hast du irgendwo in der Werkbank äh nein bestimmt hier unten doch da drinnen scheine okay ich hab jetzt irgendwie keinen bock eine stunde lang Musik hinten dran zuschneiden äh ich mag's nicht ich mag's lieber wenn ich über die folgen ein bisschen Musik reinschneide wo vielleicht mal dieselbe Musik vielleicht mal auch nicht aber eine stunde lang Musik ne irgendwann reicht so mit weiß ne man kann es ja machen aber ob ich dazu nötige Lust dazu habe weil man am Abend die sollen hier drinnen lassen sollen oder raus machen was jetzt du weiß ich aber es ist es sieht halt stylig aus es ist echt nicht immer aufgefallen dass die kacau unsymmetrisch ist ein bisschen irgendwie schon aber hier war dem vor die Mitte da war vorher der Eingang hier äh ganz doch ähm du 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 das ist noch ein paar habs was die warum redest du nicht mehr ja ich rede noch ich rede nicht mehr also ich hab nur kurz ganz erst still ok er die einzige wo ich hab drei Diamanten dass ich mir ne die Hacke machen kann hab ich hab 14 kann ich mir 3 stück geben oder kann ich mir eins geben ok gut dann kann ich mir welch ne die Hacke machen dass es alles hier ein bisschen schneller geht ja statt nur mit so ner komischen scheiß Steinhacke er warst du eigentlich her ausgauen hier hast du dich eigentlich rauskauen ja hab ich raus gehören warum warte 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 ich hab völlig gute idee was ich mir das hier neben dazu ist er weg a break a break man ob das gut aussieht weil ich meine schuhe an dann geht damit brek markt dort steil wir haben das so ein bisschen weg suchen als wir sagen wer weiß nicht mehr mir noch richtig viel platz nur wir sind eigentlich die leute der immer in jedem projekt sind wir die leute die eigentlich am produktivsten aufnehmen also die am meisten eigentlich auf weißen haben fast nie bock dazu wenn jede projekt ist so dass wir irgendwie ein kitty immer erwischen immer oder meist mit dem kitty in dem team sind so machen wir hier noch ein bisschen weg da kannst du einen endsturm mann mal ein bisschen eine chilligere folge ein bisschen ruhiger ein bisschen häusle bauen entschuldigung dass man zumal der sparen mir rauskommt jetzt haben wir nur eine frage sollen wir das komplett so machen oder so ein bisschen heißen sparen so vielleicht können wir das so machen dass wir nur das hier in halbzeit machen und die seiten hier ja irgendwas anderem können wir auch machen dass wir hier unser weg hier wo hier rüber geht dass wir uns das so machen ja das soll man halbzeit sparen oder lieber voll machen sparen lieber sparen so jetzt seit der ersten folge nehmen zusammen auf wir müssen nämlich wissen der wolf ja nämlich anspruch anderen leuten ja ich bin ich bin ich bin scheu nämlich nur mit mir aufnehmen ja war keine anderen leute das war nicht korrekt letztens daran fast gestorben mit einem anderen aufnehmen musste so haben wir noch mit dem weg habe ich habe einen brecht wir haben noch ein bisschen breck einen einzigen um ist noch was so schönes gibt es noch nicht aber wir kriegen ja fast nichts mit dem häuschen erinnern die folgen ist immer dunkel und wir haben nie zeiten wo es hell ist ich habe für die gute idee wir müssen gewohlen es geht eigentlich mit dem haus löschen da haben wir mal kurz das ja und da haben wir sehr hin ein bisschen kohle haben wir nicht mehr müssen unbedingt zu tun dann irgendwo sortieren das ist ein kleines lager im kreis sofort da oben ich kann ich kann ich kann ich kann die dinge nicht setzen kann die setzen als wenn man auf dem bett hier stehst was zu setzen es geht nicht dann nehme ich nur auf noch zwei minuten haben wir noch okay kommt es nicht rein müssen sie noch richtig schöne geräumig machen zu sagen mir nur hinten unsere kraft die ecke so also ich muss mein bogen nicht mal anspannen der macht schon neun schaden geht es nicht bis jetzt sind gar nicht mehr so schlecht aus müssen die weg die körpern den machen wir einmal her und einmal her hin so dann kommen wir noch mal nach so einem endstone da wir müssen hier rein machen dann wollen wir wieder die trug weg machen und weg zack 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 machen toll aber ich guck mal nach einer die drei münchen die drei münchen und so der schuld immer noch diamanten wir hier zwei wir hatten ein guck ähm ich brauche mehr high slabs da ey brauche mehr high slabs aber das kann man noch raus machen zack 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 ich brauche mich nicht zuerst erfüllen da geht es ich hoffe es geht es ja richtig cool wenn es gehen würde heiße werfen wir mal bitte rohes holz in den inventar mit zwei stück wenn du hast warte kratzen ah mikrofon muted mit mir ist keiner oh danke hey auf die hier haben wir jetzt eine wunderbarer abgest ab 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 auf ab 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 das ich mit das so ein abzug ist und etwa du weißt was ich meine wenn man das kirschen auch hin kommen auch natürlich dann solche ähnlichen da kommen aber immer bitte mit der axt ab warte mit nacht ja jetzt wir machen schlussmann schnell ok wenn es euch gefallen hat lasst uns einen daumen hoch da abonniert wolfie oder den lieben oft die und haut rein leute bis zum nächsten mal tschau 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 tschau